Wusstest du das schon? Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Jede gefundene falsche Antwort zehn Punkte. Was ist die Hauptstadt von Saudi-Arabien? Welche Wüste erstreckt sich durch einen Großteil Saudi-Arabiens? Welcher Ozean liegt westlich von Saudi-Arabien? Was ist der höchste Berg in Saudi-Arabien? Welche Religion ist in Saudi-Arabien vorherrschend? Welches bekannte archäologische Weltkulturerbe liegt in Saudi-Arabien und wurde in den Felsen gehandelt? Welches Jahr war Saudi-Arabien offiziell gegründet? Was ist das bekannteste Exportprodukt Saudi-Arabiens? Wie heißt die Halbinsel im Westen Saudi-Arabiens, die vom Roten Meer umschlossen wird? Was ist das Klima in Saudi-Arabien hauptsächlich? Wie lautet der offizielle Name von Saudi-Arabien? Welche sind die Farben der Saudi-Arabischen Flagge? Was ist die größte Stadt in Saudi-Arabien nach der Bevölkerung? Wie viele UNESCO-Welterbestätten gibt es in Saudi-Arabien? Was ist die Amtssprache in Saudi-Arabien? Welches Sportereignis wurde 2021 erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen? Welches Tier ist ein Nationalsymbol von Saudi-Arabien? Welche Zeitzone gilt in Saudi-Arabien? Welches historische Ereignis führte zur Entdeckung von Öl-Ressourcen in Saudi-Arabien? Wer ist der aktuelle König von Saudi-Arabien? Welches Getränk wird traditionell in Saudi-Arabien serviert? Welches bekannte Weltwunder liegt in Saudi-Arabien und stammt aus der Antike? Wie viele Provinzen hat Saudi-Arabien? Was ist die größte Universität in Saudi-Arabien? Welches bekannte Teil mit antiken Felszeichnungen befindet sich in Saudi-Arabien?